Hallo Leute! Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Herzlich willkommen zur B1-Mündliche Prüfung. Die Prüfung besteht aus drei Teilen. Teil 2 – Bildbeschreibung Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. Berichten Sie kurz. Aber in meinem Heimatland kann ich das nicht machen. 2 – Was für eine Situation zeigt das Bild? 3 – Welche Erfahrungen haben Sie damit? 4 – Wie ist das in Ihrem Heimatland? Auf dem Bild sehe ich eine vierköpfige Familie. Sie befinden sich an einem wunderschönen Strand. Die Familie besteht aus einem Ehepaar, einem Sohn, und einer Tochter. 4 – Das Sonnenlicht scheint hell, was auf einen sonnigen Tag hindeutet. 5 – Der Sand unter Ihren Füßen sieht weich und warm aus. 6 – Sie tragen leichte Sommerkleidung passend zum Wetter. 6 – Die Eltern schauen liebevoll auf ihre Kinder. 7 – Die Kinder spielen fröhlich im Sand. 7 – Die Frau trägt einen Strandbikini. Sie hat lange braune Haare. 8 – Sie schaut ihren Sohn lächelnd an, und spielt mit ihm mit Meeresspielzeug im Sand. 9 – Sie schaut ihren Sohn lächelnd an, und spielt mit ihm mit Meeresspielzeug im Sand. 10 – Sie schaut ihren Sohn lächelnd an, und spielt mit ihm mit Meeresspielzeug im Sand. 11 – Der Mann trägt himmelblaue Strandshorts, und spielt gerne mit seiner kleinen Tochter. 11 – Ich denke, die Ehepartner sind zwischen 30 und 35 Jahre alt. 12 – Beide Kinder tragen himmelblaue Strandkleidung. 12 – Der Sohn hat braune Haare, und die Tochter hat blonde Haare. 13 – Ich denke, dass der Sohn ist fünf Jahre alt, und die Tochter ist zwei Jahre alt. 13 – Die Wellen des Meeres im Hintergrund brechen sanft am Ufer. 14 – Die Szene ist ein perfektes Beispiel für einen gelungenen Familienausflug. 15 – Das Bild zeigt, wie die Familie mit kleinen Kindern am Meer entspannen kann. 15 – Auf diesem Bild geht es um das Thema Urlaub. 15 – Ein Familienurlaub ist von großer Bedeutung, da er wertvolle Erinnerungen schafft. 16 – Im hektischen Alltag bietet dieser Urlaub eine willkommene Auszeit, um dem Stress zu entfliehen. 16 – Ab und zu brauchen wir Urlaub. 17 – Es ist wichtig, ein ausgewogenes Leben zu haben. 17 – Dieser Urlaub ermöglicht es der Familie, Zeit miteinander zu verbringen, und sich wirklich kennen zu lernen. 18 – Die Menschen müssen nicht nur arbeiten, sondern auch das Leben genießen, und Zeit mit den Familien und Freunden verbringen. 18 – Ich denke, da haben die Deutschen Glück, weil es hier in Deutschland viele Urlaubs- und Feiertage gibt. 19 – Während meiner Zeit hier, habe ich ein paar Urlaube mit meiner Familie gemacht. 19 – Wir waren drei Tage Campen am St. Wolfgang See in Österreich. 20 – Wir haben einen vier-Tages-Urlaub auf Mallorca gemacht. 20 – Ebenso waren wir auch in Paris für drei Tage. 21 – Ich fahre gern an den Strand, weil das auch ein gutes Urlaubsziel für kleinere Kinder ist. 21 – Die Kinder können am Strand spielen, und es ist keine Straße in der Nähe. 22 – Die Eltern können auch im Meer schwimmen, und dann haben alle einen schönen Urlaub. 22 – In meiner Heimat kann man auch einen sehr angenehmen Urlaub verbringen. 23 – Ägypten verfügt über atemberaubende Strände am Roten Meer. 23 – Taucher und Schnorchler kommen hier voll auf ihre Kosten. 24 – Die Unterwasserwelt des Roten Meeres ist berühmt für ihre farbenfrohen Korallenriffe und die vielfältige Meeresfauna. 25 – Die touristische Infrastruktur in Ägypten ist gut ausgebaut, insbesondere in Hurgada und Sham-el-Sheikh. 26 – Ägypten hingegen hat ein Wüstenklima mit heißen Sommern und milden Wintern. 27 – Die Sonne scheint das ganze Jahr über, was Ägypten zu einem beliebten Ziel für Sonnenanbeter macht. 28 – In der Mitte des Bildes sehen wir eine Gruppe von älteren Menschen. 29 – Sie sind vier Personen, die mitten in der Stadt auf einer Straße Sport treiben. 29 – Sie joggen entlang eines malerischen Flussufers. 30 – Alle Personen tragen verschiedene Arten von Sportbekleidung. 31 – Sie joggen auf einer asphaltierten Fläche, die parallel zum Fluss verläuft. 31 – Der Mann rechts trägt eine schwarze Jogginghose und eine gelbe Jacke. 32 – Zusätzlich steckt er sich kabellose Kopfhörer ins Ohr. 33 – Vielleicht hört er beim Joggen ein paar Lieder. 33 – Die Frau neben ihm trägt eine graue Jogginghose und eine schwarze Jacke, die oben leicht offen ist. 34 – Der Mann links trägt schwarze Trainingsshorts und eine graue Jacke. 35 – Die Frau links trägt eine kurze rosa Hose und eine weiße ärmellose Bluse. 35 – Sie alle tragen stylische Sneakers. 35 – Im Hintergrund des Bildes sehen wir eine üppige grüne Landschaft. 36 – Der Himmel über ihnen ist klar und blau, was auf gutes Wetter hindeutet. 36 – Alle Personen im Bild sind in Bewegung, was Dynamik und Energie vermittelt. 37 – Es erzeugt das Gefühl, dass das Laufen für diese Menschen eine angenehme Aktivität ist. 37 – Dieses Bild wirkt motivierend und inspirierend, insbesondere für ältere Menschen. 38 – Es repräsentiert den aktiven Lebensstil und die Freude an der Bewegung im Alter. 39 – Das Bild erinnert daran, dass sportliche Aktivität keine Altersgrenzen kennt und für jeden zugänglich ist. 39 – Erfahrungen, Meinungen, und Vergleichen 40 – Das Bild gehört zum Thema, Sport und Aktivitäten. 40 – Viele Leute interessieren sich für die Gesundheit. 41 – Sie finden heraus, dass sie für eine gute Gesundheit Sport treiben sollten. 41 – Meine Gesundheit ist für mich sehr wichtig. 42 – Ich treibe viermal pro Woche Sport. 42 – Ich mag Sport treiben. 43 – Zum Beispiel schwimmen, weil dass ich mich gesund fühle. 43 – Ich will auch fit sein. 43 – Deswegen muss ich ins Fitnessstudio gehen. 44 – Seit acht Monaten gehe ich ins Fitnessstudio. 45 – Nach dem Training bin ich immer ganz fit. 45 – Ich rauche seit acht Monaten nicht mehr, und trinke selten Alkohol. 45 – Sport hilft uns, den Tag fröhlich zu beginnen. 45 – Man kann seine Freizeit aktiv verbringen, Spaß haben, und zeitgleich gesund sein. 45 – Man kann dadurch Stress abbauen. 45 – Leichter Sport oder Spazierengehen aktiviert bestimmte Enzyme, die für eine Fettverbrennung sorgen. 46 – Körperliche Aktivität stärkt auch die Knochen und Muskulatur. 46 – In meinem Heimatland haben wir nur wenige Menschen Zeit Sport zu machen. 47 – Jeden Tag sind die Leute mit der Arbeit oder in ihrem Geschäft beschäftigt. 47 – Am Wochenende verbringen die Leute die ganze Zeit mit ihrer Familie. 48 – Die meisten Menschen, die ledig sind, haben Zeit Sport zu machen, aber nicht im Wald. 49 – Wir haben keinen Wald in der Stadt. 49 – Viele junge Leute gehen gern ins Fitnessstudio. 49 – Außerdem gehen die Leute im Park joggen. 49 – In meinem Heimatland treiben die Jungen meistens Fußball. 50 – Die Mädchen machen nur Gymnastik in einem Fitnessstudio. 50 – Als ich in Spanien war, hatte ich Zeit nach der Arbeit oder am Wochenende morgens Sport zu machen. 51 – Meine Freundin und ich gingen regelmäßig am Meer entlang. 51 – Aber in meinem Heimatland kann ich das nicht machen. 52 – Unsere Zeit wird im Stau verschwendet. 52 – Meiner Meinung nach sollte man Sport machen, um sich wohl zu fühlen. 53 – Man soll mindestens dreimal pro Woche 30 Minuten Sport treiben. 53 – Ich denke, dass es sehr gut ist, wenn man regelmäßig Sport treibt. 53 – Es ist gut für die Gesundheit. 53 – Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. 54 – Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. 95 – Schöne 45 – 16 56 –